. . . . . Hast du das gehört, Babs? Adam legt immer ein Wubuzack auf. . . . . Tina hat im Moment ein bisschen Probleme, aber ich finde sie geht ganz toll damit um. Er denkt jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da. Und jetzt ist es plötzlich weg. Die Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Oder nein, Dicker, es war so eine Fische, weil... . Babs, du hast doch mal nicht erzählt, dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Dass du euch kennenlässt. Unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden, glaubt. Und es spielt mitunter üble Streichel mit uns. . 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